Hallo Leute, stellen wir uns vor, das ist Domi. Domi spricht Hochdeutsch. Und das ist sein Freund Nick, der ausschließlich mit Gerschen Akzent spricht. Domi und Nick werden uns jetzt die Unterschiede zwischen Hochdeutschen und Gerschen Wörtern vorstellen. Viel Spaß! Los geht's! Hat er, hatte sie, hat sie, haben wir, Hammer, haben sie, haben sie, hatten sie, hatten sie, draußen, außen, kein, kein, kleiner, 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 Kinder, Kinder, komm, Kim, über, Ivor, Leute, Läde, meine, Mähne, Meister, Meister, mit der, Mitter, hinauf, nauf, nichts, nischt, Alter, Oller, Rennen, Rammeln, Sauber, Rähne, Rate ich dir, Hatsch dir, Sagte, Sachte, So ein, Sohn, Verschwenden, Urchen, weißt du, wehste, hör auf, hör auf! Vielen Dank!